So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke zurück aus dem Urlaub mit Sonnenbrand, mit Moskito-Stichen, mit allem drum und dran. Ich habe gerade eine Umfrage gepostet, noch im Community-Tab, was das nächste Kanal-Maskottchen für Juli werden soll. Guckt es euch mal an, könnt ihr abstimmen. Momentan ist es hier noch das Ding mit dem Kopf, Koblosio. Es wird auf jeden Fall ein Negrotzma werden. Oder ein Moskito, weil die zwei gibt es zur Auswahl, aber trotzdem gibt es vier Auswahlen. Dann ist es so viel los. Das Event fürs New York Go Fest, das weltweite ist aber angekündigt, drumherum an dem Wochenende, was nächste Woche ist. Aber da muss ich ein extra Video machen. Jetzt das Juli-Update ist da, muss ich ein extra Video machen. Eigentlich ist heute Ho-Oh, Raid-Boss-Wechsel, Community-Raid, müsste ich ein extra Video machen. Eigentlich müsste ich eins zum Mega-Despota machen. Community-Raid zur Begrüßung. Dann habe ich ein Ticket vom Henry bekommen, müsste ich ein extra Video machen. Ich habe ein Ticket von Ninel bekommen, müsste ich ein extra Video machen. Eigentlich habe ich noch was aus dem Urlaub her mit Eiern vom Shiny-Ignivore-Handing-Zeug. Müsste ich ein extra Video machen. Deswegen ist es alles so verworren. Morgen ist Mega-Raid-Day mit Mega-Rai-Quasa. Aber nicht Raid-Day, sondern Elite-Raid. Das ist der größte Scheiß. Jetzt ist noch nicht mal diese Ankündigung da, dass 24 Stunden vorher die Raids angezeigt werden. Obwohl du dich ja eigentlich versammeln sollst und sollst planen, mit wem du was, wie, wo machst. Verzicht mal diesmal drauf, hat nicht Ende gesagt. Deswegen konzentriere ich mich heute einfach auf das Juli-Update. Was gibt es im Juli noch? Vieles ist durchs Go-Fest ja schon bekannt. Aber was gibt es jetzt noch, was uns im Juli erwartet? Ihr habt hier dieses Übersichtsbild. Es ist immer noch nicht auf Deutsch da. Deswegen machen wir es jetzt so. Wir haben Bazzwohl, wir haben Ferromosa, wir haben Xookitri, wir haben Duskman und Duffenwings. So würde man das jetzt aussprechen. Featured Pokémon, aber das ist nicht alles. Wir gehen nämlich hier eins rüber und sehen genau mit Datum. Die Five-Star-Rades. Das ist im Rahmen dieses Ultra-Events ja bekannt gewesen. Von 8. bis 9. Juli wird Schlinking zurückkommen. Also Gaslord, 9. bis 10. Juli, Nihilego, also Anego. Dann 10. bis 11. Juli, Calestila und Katana. Müsst ihr wieder gucken, wo seid ihr denn? Ich blick da nicht durch, ich versuch's gar nicht erst. Schreibt's mal rein, wer bei uns ist. 11. bis 12. Juli, Stakadaka und Blatze Phalon. Je nachdem, ob Westen oder Osten, das ist auch so. Dann 12. bis 15. 11. Baswol, Ferromosa und Xokitri. Die sind eigentlich am interessantesten. Außer wir, weil wir haben halt das Schlechteste wieder mal. Xokitri, Voltrian, ist auf jeden Fall das Nützlichste. Baswol, Mosquito ist für mich das Chilligste, was mir am meisten Spaß macht. Und dann von 15. bis 23. Juli kommt Arctos. Hey! Ist jetzt auch nicht so interessant, nicht so ein krasser Eisangreifer. Es gab Krypto-Arctos schon die ganze Zeit. Weil wer noch einen Shiny braucht, wird sich's vielleicht mitnehmen. Ansonsten keine Ahnung. Aber noch schlechter geht's dann nur vom 23. Juli bis 3. August mit Tornados. In der Inkarnationsform. Weil, wie heißt's? Ach, ich hab, egal. Ihr seht's, es ist grün. Es ist ein Wolkengeist. Es ist nicht Demeteros. Es ist nicht Voltolos. Es ist Boreos, genau. Das, da machst du nicht mal mit der Tiergeistform was, geschweige denn mit der Inkarnationsform. Wer das Shiny noch braucht, kann das machen. So viele coole Dinge aufeinander. Und dann gefühlt zwei Wochen nur Mist. Das ist der Juli. Gehen wir mal zum nächsten Blatt. Hier sieht man nochmal genau. Das Go-Fest findet ja am 13. und 14. Juli statt. Am ersten Tag könnt ihr im Rahmen des Go-Festes gefühlt allen Ultrabestien begegnen, die man hier sieht. Mosquito, Chabelle und Voltrian werden dann neu als Shiny eingeführt. Stackerlacker, Blatzephalon weiterhin nicht als Shiny und man kann dem normalen Nekrozma begegnen am ersten Tag vom Go-Fest. Rest seht ihr ja, brauchen wir nicht drüber reden. Am Tag 2 vom Go-Fest am 14. Juli begegnet ihr nur Nekrozma in Abend, Schwingen und Morgenmähne. Das ist dann auch wie Mega-Raids, wie wenn ihr ein Mega-Despoter-Raid macht. Ihr greift das an, das schrumpft dann und fertig. Ihr kriegt dann sozusagen Mega-Energie. Also am Tag 1 könnt ihr gezielt Nekrozma-Raids machen, dass ihr vielleicht ein gutes Exemplar kriegt, was ihr dann fusionieren wollt. Am Tag 2 könnt ihr nochmal schön für die Energie raus und können die fusionierten Formen bekämpfen. Das ist auf jeden Fall übersichtlicher. Man könnte auch am ersten Tag sich ein paar andere Shinies und andere Ultrabestien gönnen. Und am zweiten eben ein gutes Nekrozma-Plus-Energie sich holen. Da brauche ich auf jeden Fall Pässe, da muss ich mir was aufsparen. Ich müsste aber auch irgendwie sehen, dass ich beim Mega-Raiquaza jetzt irgendwie so viele mache, dass ich wenigstens eins Mal Mega entwickeln kann. Und das wird, wenn du hier 50 bis 70 oder 80 Energie nur kriegst, brauchst du aber 300, 400. Also mit meinen zwei Päsen, die ich da eingeplant habe, vom Tag und vom Vortag wird das auf jeden Fall nix. Raid-Stunden ergeben sich dann daraus hier. 3. Juli Ho-Oh. 8. Juli, Gaslord, 9. Juli, Nihilego, 10. Juli, Kelesdila und Katana, 11. Juli, Blatzephalon, Stakata, Stakataka meine ich. 12. Juli, Baswol, Ferromosa, Tsukitri, 17. Juli, Atikuno und Tornados hat sogar zwei Raid-Stunden am 24. Juli und am 31. Juli. Hm. Ist also, kann man sich eigentlich denken, wenn gerade das eine Ding da ist, dass das natürlich dann da seine Raid-Stunde kriegt. Spotlight-Hours noch, die Rampen-Licht-Stunden, also die Raid-Stunden immer am Mittwoch 18 bis 19 Uhr, die Spotlight-Stunden hingegen immer am Dienstag von 18 bis 19 Uhr. Wir haben am 2. Juli Pikachu mit diesem Kuchenhut, das gab es schon mal, wer noch keinen Sat, nimm das mit. Das ist im Zuge dieses 8 Jahre langen Pokémon Go Jubiläumsevents noch da. Da gibt es auch zweimal Fang-EP, dann habt ihr am 9. Juli viel C-Mobs mit zweimal Fang-Bonbons, okay. Wir haben am 16. Juli, das ist mein Geburtstag übrigens, wir haben Beinegel, Beinegel, ich kriege wieder das hässlichste Pokémon. Also wirklich von allen, die man hier auf dem Bild sieht, finde ich Beinegel ist das hässlichste. Zweimal verschickt Bonbons, ist jetzt auch nicht so krass. Am 23. Juli Diglett mit zweimal Evolution-EP, also Entwicklungs-EP bei Dicta. Dann haben wir am 23. außerdem auch noch Alola-Dicta da. Wir haben Alola-Dicta da, also didadadadadai. Das ist da, das Normale und das Alola, das ist cool, das hat Haare. Und am 30. Juli mit zweimal Fang-Staub, Togedemaru. So, das ist niedlich, das ist cool, das sind die Spotlights. Was findet man da jetzt gut? Togedemaru, ja, weil das halt so süß ist und weil es doppelt Staub hat. Und die letzte Seite zeigt uns, wir haben natürlich neben den normalen 5er-Rades, was aber dann Ultra-Rades sind, ja auch wieder Mega-Rades, die sind schon übersichtlich, denn es gibt einfach nur zwei Stück. Mega-Swambard vom 8. Juli bis 23. Juli und dann vom 23. Juli bis 3. August Mega-Agron. So, das ist alles. Mega-Swambard ist auf jeden Fall cool. Da nehmen wir was mit. Der ist stark, der ist nützlich. Ich glaube, Mega-Agron ist jetzt nicht so der Bringer. Dann haben wir Shadow-Rades, Shadow-Entei dabei. War er, glaube ich, auch schon mal da. Er erscheint dann immer an den Wochenenden im Juli, wer das braucht. Kann er noch zugreifen, finde ich. Okay, ist besser als 3-Kun, aber nicht so cool wie Raikou, deswegen Entei irgendwie so ein Mittelding. Und die Events, die uns noch im Juli erwarten. 6. Juli bis 9. Juli. Aquatic Paradise. Das ist das, was im Zuge des New Yorker Go-Festes dann global stattfindet, wo eben hier dieses Pikulende-Shiny eingeführt wird. Da gibt es aber nochmal ein extra Video dazu. Dann haben wir 8. Juli bis 13. Juli inbound from Aldra Space. Da haben wir schon ein Infovideo dazu gemacht, wo die ganzen Ultrabästchen eben erscheinen, jeden Tag eine andere. 13. bis 14. Juli, das Pokémon-Go-Fest 24 global, wo wir in Geras sind. Da haben wir auch schon ein Video dazu gemacht. 17. bis 22. Juli, Ultra-Unlock-Part 1, Beta-Together. Ja, da ist noch nichts bekannt, aber wie immer war es ja so, wenn man am Go-Fest gut zusammengearbeitet hat und bestimmte Aufgaben erfüllt hat, dass wir dann einen Ultra-Bonus freigeschalten haben. Und hier steht also jetzt Part 2, äh Part 1. Ich sehe da unten auch Part 2 und Part 3. Also es gibt wieder einen dreiteiligen Ultra-Unlock. Beta-Together, 17. bis 22. Juli, 25. bis 30. Juli, Strange of Steel und am 27. Juli, Ultra-Unlock-Part 3, Mega-Raid-Day. Boah, lass da dann mal hier Mega-Mewtwo oder sowas kommen oder keine Ahnung. Dazwischen habt ihr am 21. Juli noch den Juli-Community-Day. Da steht ja auch jetzt schon fest, was es ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, es war Zabladin. Müsste Zabladin sein, aber der Sommer ist heiß. Die Moskitos sind am Start. Das Go-Fest wird auf jeden Fall wieder viele Leute zum Spielen animieren, mal rauslocken, einmal im Jahr das Ding anzumachen. Jeder ist gespannt, was nach dem Go-Fest immer der Ultra-Bonus ist, der aufgeteilt ist. Und früher gab es dann jedes Wochenende einen Raid-Day für die Vögel mit Shiny-Einführung und allem. Aber das kennt man alles. Man will ja immer wieder eine Steigerung. Also, Beta-Together, Strange of Steel und Mega-Raid-Day. Das sind die drei Ultra-Unlocks dieses Jahr. Das war es jetzt mit dem Video, was ich morgen mache. So wie dir morgen und am Sonntag. Und es ist alles kompliziert, alles durcheinander. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Auf was freut ihr euch im Juli? Am meisten, ich mich eigentlich auf den Ultra-Bonus. Da sind bestimmt auch wieder E-Cognitos dabei. Obwohl mich die eigentlich nicht so interessieren. Aber Mega-Raid-Day hört sich gut an. Ich hätte mir bei 3 Quasern einen Raid-Day gewünscht, statt Elite-Raids. Hier ist ein Raid-Day angekündigt für den 27. Juli. Und da werden wir bestimmt wieder zusammen streamen können, spielen können, einladen können. Und da freue ich mich, da habe ich Bock drauf. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.